Von 2000... Das ist meine Handys tut mir klar. Ich muss, das ist meine Mutter, kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran, es tut mir wirklich leid. Maiko, stehe! Ne, nisam nervös, ne nehmam puno vrema, ne, so moho, da mich noch prävem intervju. Stehe! Ne mogu da dođem na weekend. Jednostavno, šo moram, da se naspavam, i ti hrčeš celu noč, Maiko. Moram, da se naspavam, ne, ne protiv... Čeke, momenat. Sabin me zove, čeke. Sabin, hallo! Jo? Ne, ich bin grad in München, aber kann ich dir echt später anrunden? Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ha! Jo, und bald ist es. Oh mein Gott! Jo, ich gratuliert! Oh mein Gott! Ähm, kann ich dir trotzdem echt später anrunden? Bist du erreichbar? Jo, ok, dann, jo, dann bis später. Tschüss. Maiko? Sovnte Carstenia Vaji. Lubim, ciao! Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin. Der Onssyndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Die Entscheidung ist einatmen. Und eine schwanger Erepie. Und eine schwanger Erepie. Ja, ich höre mich für den Lieblingsprozess. Ja, ich habe dich gemeintetisch. Wow, das ist nicht 않을. Ja, ich habe, dass hier alles klargebe, dass hier das nicht alle lange i und asta nicht weitergeht. Ja, ich habe ihn schon. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn mit." Ja, ich habe ihn. Bis zum nächsten Mal.